Urana hat keine Vorfahren, keinerlei Beziehung, null, aber sie hat gejodelt. Und zwar so gut, dass sie in eine der bekanntesten Talkshows eingeladen wurde, nämlich in die von der Oprah Winfrey. Und dort, Sie glauben es nicht, haben sie gerade einmal einen Rückblick auf die Grosskarriere von dieser damals 13-Jährigen gemacht. Also eine Amerikanerin, die gejodelt mit sieben, mit neun, mit elf. Sie hat bei «America's Got Talent» mitgemacht und die Jury war begeistert. «Wildly popular, America's Got Talent.» «All right, you were sensational.» Die Jurymitglied rechts war David Hasselhoff und das ist eben die Oprah Winfrey, die damals die 13-Jährige Taylor Ware begrüsste. Und jetzt ist sie 15 und hatte immer noch keinen Schimmer der Schweiz. Bis wir ihr ein Flugbeleid geschickt haben und einen Engagementvertrag ins Benissimo. Und darum ist sie jetzt bei uns. Sie kommt aus dem Kernland der amerikanischen Countrymusik, aus Franklin, Tennessee. Und sie ist «America's Yodeling Sweetheart». Da ist Taylor Ware. Ja. 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 Musik Musik Jodeler mit amerikanischem Akzent zu zeigen. Taylor Ware, hallo! So, finally you arrived in Switzerland. Yes, I love it here. So, did you see anything of our country except the airport and the TV studio? Hat sie jetzt endlich etwas gesehen von der Schweiz? Yes, I saw Zurich and it's beautiful and I love the people here, they're so nice. Alle Leute sagen so nett zu ihnen. Hat sie gesagt in Zürich? Are you planning to see something else? A mountain or something like this? Yes, I would love to. I have a few more days here. Sie bringt natürlich noch ein paar Tage und schaut endlich, wo sie das Land kennen. Wo man jodelt. You didn't know nothing about Switzerland when you started to jodeln. So, how did it come that you jodelt? Wie kommt sie überhaupt dazu, zu jodeln, wenn sie die Schweiz nicht kennen? I taught myself when I was seven from an instruction book and tape that I got at a seminar and I just fell in love with it. Also, sie hat irgendein Bandli oder ein Lehrmittel irgendwie rüberkommen und hat dann angefangen das Lernen und danach hat sie es gekauft. And now you're only 15 and you were in the greatest shows in the Grand Ole Opry. Das ist eigentlich das Grösste, wo man das Country-Sänger machen kann in den USA und sie steht irgendwie, you were nine or something? Yes, I was on the Grand Ole Opry when I was just nine years old, jodeling. Und sie hat natürlich jodelt. And now you have reached everything. What are you going to do with the rest of your life? I mean, I love yodeling and singing so I will always be doing it. Okay, I also heard that you know one Swiss guy who's called Peter Hinnan, is that true? Yes, well I would love to meet him, he's very talented. Ah, because you heard his song? Yes, he's one of my... Seven thousand Rinders. No, seven thousand Rinders. Okay. Yes, but I would love to meet him, he's great and talented. Peter Hinnan. Du schaust dir sicher zu heute Abend, oder? Peter Hinnan, sie will dich gerne kennenlernen. Ich benisse meine Redaktion, alle heute mich stellen die Verbindung her. I hope he watches and then we make the connection. Yes, definitely. It was very lovely to have you here. A jodeling American young lady. That was nice. Thanks. Taylor Webb. Thank you.